eben verknüpftes mit dem EA-Konto, ja, dass da eine Verbindung eben besteht. Und deshalb können wir ja eben jetzt auch gemeinsam wieder hier rüber springen. Und ihr seht natürlich, jetzt haben wir hier kein Prime Game Pack. Wir müssen folgendes tun, und zwar Ultimate Team wieder verlassen, ja, beziehungsweise einfach nochmal komplett EAFC neu starten und wieder reingehen in Ultimate Team. Und dann ist ja das, was eben auch vorgeschrieben worden ist, dann wird eben jetzt eine Push-Nachricht auftauchen, wo dann eben steht, hey, du hast es geschafft, du hast das Prime Game Pack abgeholt. Und da haben wir es tatsächlich einmal am Start. Ihr seht es hier, Prime Game Pack Nummer 1, du hast dein Amazon Prime Konto und dein EA-Konto erfolgreich verknüpft. So, das ist wichtig, das soll auf jeden Fall angezeigt werden. Und dein Bonus Spezial Pack findest du eben jetzt, was auch eben gesagt worden ist, im meine Packs Abschnitt des Ultimate Team Shops. Ihr seht also, das, das Elementare, das, das unfassbar Wichtige. Hier, ihr seht es jetzt hier, Prime Game Pack Nummer 1, es ist nicht 2, es ist nicht 3. Es ist das erste Prime Game Pack in EAFC, Freunde. Ich hab mega Bock, ich denke auch. Und wir gucken jetzt gemeinsam mal rein. Es ist ja jetzt nicht mehr lila, es ist jetzt blau geworden, ja. Was denn da eigentlich drin ist, in diesem Prime Game Pack. Also, auch grundsätzlich, heute ist Dienstag, gleich Dienstagmittag, wenn das Video online geht. Ganz grundsätzlich, das Prime Game Pack, wann kommt es raus? Montagabends kommt es immer. Montagabends kommt es immer, ja, Richtung Mitte des Monats, Richtung Ende des Monats. Das ist immer die Zeit, wenn es ungefähr rauskommt. Das ist jetzt das Erste. Und wir haben da folgendes drin. Und zwar das Prime Game Pack, Exclusive Pack, exklusiv, wie gesagt. Das hat folgendes. Das war mit vier seltenen Gold-Profis, ein Profi-Player-Pick haben wir da. Wähler aus drei Profis mit 81-Plus-Rating und sechs seltene Verbrauchs-Items. Und ein Haarland-Leit-Profi für acht Spiele. Alle Items sind untradeable. Und da gehen wir jetzt rein, Freunde. Das Erste Prime Game... Ich hab Bock, Freunde. Ich hab richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Let's go. Abfahrt. Und let's go. Komm. Yay, macht die Gönner-Modus an. Brasilien. Ah. 83er. Aber der Player-Pick ist doch da. Der Player-Pick ist doch da. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, wen hattet ihr da in eurem Prime Game-Pick. 82er. Ich hab grad 83er, hab ich gesagt. 82er natürlich. Und Taliska ist auch noch mit dabei. Shadow. Ja, das ist natürlich perfekt. Dass wir Charity-Style und Shadow dabei haben. Glas und Ring, das sind noch Duplikate. Und ja, gehen wir mal rein. 81 plus Player-Pick. Komm hier, ey. Ah, da ist der 83er, den ich eben herbeigerufen hab. Es ist Botmann, den haben wir noch nicht. Dann nehmen wir ihn mit als 83er-Rating. Also Rating-mäßig natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Haaland aber natürlich nice, weil wir den Lohn verlängern können. Und die anderen natürlich auch SPC-Futter. Lasst mich gerne wissen, was hattet ihr in eurem Prime-Gaming-Pack. Ihr seht, es ist relativ simpel. Ja. Auch wenn er irgendwann, keine Ahnung, erst, dass er euch das erste Gaming-Pack holt, das Prime-Gaming-Pack. Es ist relativ simpel, das Ganze euch abzuholen. Das ist jetzt das Erste. Ich hoffe, ich konnte euch mal durchführen, was wichtig ist, damit ihr es wirklich dann in Ultimate-Team auch eben holen könnt. Wenn das der Fall ist, lasst sehr, sehr gerne die Liebe da. Wir würden mich extrem unterstützen damit. Falls noch Fragen offen sein sollen, nutzt gerne den Kommentarbereich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gerne auch heute Abend wieder zu 19 Uhr. Content, schaltet gerne ein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.